Musik Erholung, Natur und eine märchenhafte Saunawelt. Musik Die Badegärten Alpenstock inmitten der wunderschönen Landschaft des Erzgebirges. Musik Erleben Sie Badevergnügen, Wellness und eine einzigartige Saunavielfalt. Musik Übernachten Sie in einem unserer Schäferwagen und erleben Sie das einzigartige Ambiente. Musik Innere Ruhe und Entspannung finden Sie in dem japanischen Saunagarten. Musik Genießen Sie das wohltuende Erlebnis eines orientalischen Seifenschaumbades. Musik Tauchen Sie in die Fluten unseres Familien- und Erlebnisbades. Musik Ausgebildete Therapeuten kümmern sich um ihr körperliches Wohl. Musik In unserer Küche verwenden wir vorwiegend natürliche Produkte, bevorzugt aus dem eigenen Kräutergarten. Musik Traditionelle Waschrituale lassen Ihren Besuch zu einem ganz Besonderen werden. Musik Selbst zu den Aufgüssen verwenden wir ausschließlich reine, natürliche Sude und ätherische Öle. Musik Zweisamkeit und Zeit für sich finden, bevor es weiter auf Entdeckungszug geht. Musik 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 Gönnen Sie sich die Auszeit. Musik In Deutschlands beliebter Sauna und Wellnesslandschaft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020